Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kappels. Ich bin Pixel Platterjack und wir machen gerade genau da weiter wo wir aufgehört haben. Erstmal schauen wir uns hier mal ein wenig um. Oh hier Betty Lou. Was tun hier? Oh man, der Garten needs some lips. I want to hear all these beasts. Nur ist es ein bisschen Kleingelb, wenn du tote Bies irgendwie im Kiel holen willst. Starte mit einem Mixup deiner Waffe. Nicht, also du kannst nicht erwarten, dass deine Bewaffnung bei jedem Gegner gleich viel bewirkt. Wichse und Treppe lernen da was. Das ist das Szenario. Das ist das Szenario. Oh ein Schiff. Hier ist eine Brücke, die noch nicht zugegeben ist. Gut, da können wir auch noch nicht weiter. Dann können wir ja gleich erstmal direkt ins Hotel, oder? Also ich sag jetzt einfach mal, das ist ein Hotel. Rumor Honeyballons in Honeycomb Parenthood. Gut. Dann schauen wir uns das da mal eben an. Oder was heißt eben? Also die nächste Folge vermutlich. Wer weiß. jetzt? Oh Gott. Was kann die? Oh Gott. Was macht ihr? Boah. Das. Das ist mies. Oh nein. Peace. Da war... Ja. Blöd. Da war gerade keine Stufe mehr. Oh Gott. 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 Oh Gott Gott. Oh Gott Okay. Hier haben wir ein Level, wo wir einen Boss beschießen und dabei klettern müssen. Ah, fies. Mann. Zwei Treffer auf einmal. Die Arbeiterbienen sind... Oh, ich wollte nicht runter. Ich wollte nicht runter. Wir sind hin. Wir sind hin. Wir sind hin. Das ist fies mit diesem... Boah, komm her. Boah, gemein. So. Boah. Boah, das war knapp. Nein. Ach, ich hab knapp gedrückt. Ich hab nochmal springen gedrückt anstatt... anstatt stehen. Boah. Mist. Ach. Fast gerettet. Und dann doch nicht. Boink. Eieieiei. Eieieiei. So, komm her. Polizei. Nein, ach, blöd. Das war ja wohl selten dämlich. Nein, ich wollte nicht runter. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, was soll denn das? Nein, ich wollte nicht runter. Oh, okay, nicht runter. Oh, das mit dem Klettern gleichzeitig alles abschießen und dabei ausweichen. Das ist echt heftig. Boah. 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 So. Nein, Mist. Direkt reingesprungen. Ah, so ein Blödsinn. Oh, oh. Ob die hier wieder? Ja. Oh Gott, was ist das? Nein, 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 nein. Ah, Mist. Die ist echt heftig. Was? Warum? Oh, da. Soll sie wieder hoch? Oh, oh. Oh, oh. Hi. Oh Gott, was ist das denn jetzt für eine Aktion? Nein. Wer rechnet denn mit so was? Ah, so ein Mist. Wir haben nur noch ein HP. Aufs Ganze geht. Nein. Oh Gott. Nein, triff nicht. Oh, 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 oh. Oh Gott. Nein. Oh, wie blöd war das denn jetzt? Wir kommen aber noch mal weiter. Oh, äh. Oh Gott. Das wollte ich machen. So. Nein. Oh Mann. Ach. Gott. Ja, komm, wir springen runter. Obwohl, nee. So geht es schneller. Jetzt komm mal wieder, dude. Polizei, man. Uah. Nein. Oh, fies. Voll auf blöden Arbeiterbiene. Ja. Oh Gott. Uah. Oh Mann. Nein. Oh. Hoho. Uh. Äh. Geh weg. Warum kommt ihr denn da noch? Hallo. Oh. Mist. Nein. Da. Oh, da. In. Hier. Oh. Nein. Oh Gott. Oh. Oh. Oh, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh nein. Oh. So. Ups. Da kommt sie runter. Okay, die ist einmal hin. Was? Blöd. So durch. Ich meine, die ist durch uns durchgeflogen, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was genau jetzt ausschlaggebend gewesen ist, dass wir, ah Mist, gestorben sind. Ah Mist, ich hatte keine Chance, irgendwo hin. Blöder. Ne, komm. Mit einem HP machen wir nicht weiter. Da. Komm her. Los, Mr. Polizei, man. Ah Mist, in einen rein. Äh. Oha. Oh, 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 oh. Okay, den haben wir. Parry. Jawoll. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Mist. Ich möchte auch mal was anderes sagen können als Mist. So, da können wir weiter schießen. Wow. Oh, oh Gott. So. Ja, komm doch. Oh. Das war so nicht gewollt, aber... Vielleicht hilft es uns. Oh. Nein, wir waren fast fertig. Junge, 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 junge. Komm her. Wie weit wolltest du noch näher kommen? Ich kann sagen, den sehe ich gerade nicht. Ja. Ja. So, komm her. Polizei, dude. Uhr. Ja. Harry. So. Waren wir die drei Karten schon mal da? Oh, da können wir auch weiter treffen. Mist. Oh. Da kommst du her. Nein, ach du. Du dickes Ei. Was? Nein. Boah, wie fies. Schießt der genau dorthin. Das gehört alles schon zur Endphase. Oh Mann, Mann, Mann. Komm schon, die schaffen wir. Wir haben alle anderen geschafft. Die schaffen wir auch. Ach, du bist doch... Dumpen Arbeiter, du nimmst gerade eben, ey. Woop. Oh. das war knapp so wie es das alles hier ist Mist, wir haben den Parry nicht mehr gekriegt aber vielleicht können wir uns genau bei Queen Bee irgendwie was zurecht holen nein, warum wieso denn getroffen so, ein Parry-Slap-Geräusch was machst du da? du liest Bücher ähm oh Gott, oh Gott jetzt komm schon nein ach man und wie knapp du mit deinem dummen Flugzeug da oi 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 schein der Kleister ah Mist sind wir den genau ins Gesicht gesprungen Mann das kann doch nicht wahr sein ach nee, komm wieder von vorne mit einem Hitpoint nicht beim Ankommen von ihm was was dein Herz A great slam and then some now go point 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 oh 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 das war nicht ganz so super nein oh man ich habe gedacht wir schaffen hier die erste phase ohne trefferpunkt parry slap nicht mitbekommen so da willst du auftauchen jetzt ist da kein podest oder was nein oh man wir haben noch zwei oh Mist Mist oh genau rein oh Gott das ist nicht dein Ernst Mann erst mal der Dude oioioi dass der hier mit Zeitbomben durch die Gegend wird ne nein ich habe parry slap gedrückt und der springt da rein ey ich glaube es nicht oh nein nein so ein elender Gott nein wieso oh man da kann man sich echt nur auflegen ja ja und das dürfen wir auch nicht Dankeschön wir dürfen hier einfach nichts bekommen merken fürs nächste mal was wie hä das habe ich jetzt nicht gecheckt na das fängt schon ganz blöd an so bleib mal freundlich hier freund und helft auf dem Weg nein ach Mist zweimal getroffen ich kann dir jetzt hin ich kann dir jetzt hin das kann doch nicht sein dass wir hier schon wieder ein Boss die ganze Freude lang machen nein ich konnte nirgends ich konnte einfach nirgends hin nein ich wollte den parry slap haben nein ich muss Nein, oh man kann auch Kann auch blöd sein So So, der ist hin Ja, oh, nö Carry Slap bekommen, aber Unter welcher Voraussetzung, ne Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nein, warum triffst du denn auch noch? Ah, Gott Mies So, Parry Slap bekommen Sehr schön Wir steigen einfach da durch hoch Oh, nein Nein, 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 nein Oh, Gott Ich meine, das ist Aber Darüber Jetzt geht es ab Nein, ich wollte doch nicht runter Mann Ich wollte das nicht Ach Jetzt haben wir schon zweimal Mist gebaut Äh Nur Da war nicht hin So, genau Hier schießen wir ins Gesicht Oh Oh Nein Oh, ich konnte nichts machen Oh Oh Ich muss es probieren, ich muss es probieren Warum denn Warum denn? Wir waren doch noch mitten in der Ausführung Oh Oh, Leute, ey Das ist echt deprimierend Ja Oh Oh Die Uhr So So Wenn wir einen Parry Slap kriegen können, nehmen wir ihn mit Oh Mist Den hätte ich lieber nehmen sollen Aber Oh Mann ey Warum denn Und jetzt ist er hin oder was Oh Gott Warum Nein Fliegt das Ding auch noch zu mir Und dann gerutscht Mist Gott ist das schwer Also pro Folge Ein Boss schaffen tun wir auf jeden Fall Aber naja die Umstände Sind halt gerade Sind gerade doof Und ich würde es auch cooler finden Wenn wir irgendwie Pro Folge mehr als nur ein Boss schaffen Die sind ja ein bisschen schwierig So Parryslap bekommen Darf man ja auch nicht Oh nein ey Die blöde Stachel Oh Schon wieder eine ey Ich glaub's ja nicht Ja komm da runter Können wir dir wenigstens ins Gesicht schießen Nein 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 Oh nicht schon wieder so ein Ding Oh nein Musst du genau auf mich zufliegen Warum Ich hab ganz kurz gedrückt Warum springt der denn so hoch Wenn das so weiter geht Kriegen wir die Nicht mehr hin Also dann Auf jeden Fall nicht ohne Dass die Folge Eine Stunde dauern wird Oder so Nein du Dummes Wie geht es Also entweder suche mir zum Starten Und mal die Echten schweren Level aus Oder Bosse Oh Gott Oder aber Das ist einfach echt Echt übelnd schwer Oh Gott Ja Parry Oh Gott Wir müssen Gehen weiter Darüber 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 Ja der ist hin Parry slap Oh oh Das hat schon mal geklappt Und wehe du machst wieder deine dummen Dreiecke Das ist auch nicht unbedingt immer viel besser Oh Gott Du willst hier nicht in der Mitte runter Doch willst du Oh Mann Wie machen wir das am besten Ah Mist Ja Geht das Ja Oh nein Oh nein Nein Mann Oh Gott Oh Gott Na oh Kommt die von hinten Was ist das denn Du mogelst doch Du dumme Bienenkönigin Du schummelst doch Was Wieso Mann Wieso denn Ich hab den blöden Parry Knopf gedrückt Können die mir nicht immer wieder aufs Neue erzählen Dass ich Dass ich hier von irgendwas getroffen werde Ja komm runter Na das dumme Dreieck Nein warum spring ich denn auch genau da hin Nein Oh Mann Du dummes Ich will losflugen Aber Das sollte man nicht Vielleicht gucken das auch jüngere Zuschauer Also Oh Gott Wow Ich hab doch den Blöden Knopf gedrückt Ey Das könnt ihr mir noch nicht erzählen Jetzt geht doch kaputt Ich glaub es nicht Oh jetzt Haben wir hier auch noch Auch keine Plattform Schön Ganz toll Ja mach wieder dein dummes Dreieck Boah Was jetzt aus Willkürlichkeit auch wieder Treffen wird oder Ne doch nicht Nein Oh das hasse ich auch Boah Nein Oh ich Ey als wenn der Boss nicht so schon schwer genug wäre Nein Nein Nehmt mir auch noch die Plattform weg Hier Gemein Keine Ahnung was Warum Ich Hab springen gedrückt Nicht Harry Oh Gott Es wirkt fast so als würde ich diese Folge Vermutlich löschen Das ist doch selten dämlich So Den Parry Slap haben wir bekommen Warum sind hier so wenig Plattformen Zum Glück Ist der schon mal weg Ja komm runter Oh oh Brauchen wir Nein Oh Mann Es war so unnötig Warum trifft mich dieses dumme Teil Trifft doch nochmal Was Hä Wodurch Wodurch denn bitte Du Willst mich doch zum Narren halten Ja Nein Mann Oh Gott Gib mir am besten noch weniger Plattform Ja Harry geschafft Oh Gott Den haben wir nicht mehr gekriegt Aber Ist egal Oh nein 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 Warum denn Warum kommst du dann Ausgerechnet hier noch mal runter Muss das denn sein Blöde Blöde Bombe Boll Oho Nein Nochmal mittel Ach so Wie geht das wieder los Okay Nee Nein Was ist das? Was? Was sollte das denn bitte? Kommt wieder von hinten So Nein Ach du grüne Neune So kurz am Ende Ist das aufregend Und mit aufregend meine ich nicht nur von wegen Dass das irgendwie voll der Nervkitzel ist Nein Es regt einen auch auf Nein du Blöder dicker Bienenkopp Heute ist gefühlt nicht mein Tag Zumindest Was? Wie? Hä? Oh Gott ich hab die Spitze nicht gesehen Toll Ganz großartig Boah das ist so knapp Dormi Fast alles was wir hier machen Das wieder mal nicht Mir gefällt es mehr wenn es knapp ist Boah Oh sehr schön Parry Nein Nein Oh in den Rücken Oh Warum denn Nochmal Ne Oh wir haben nur noch einen Trefferpunkt Warum blätterst du immer in deinem blöden Buch rum Und jetzt bitte Volle Pulle Oh weg Nein Was? Oh ich hab das nicht gecheckt Dass sie das macht So Komm jetzt Guck mal Bullenbiene Für Parry Komm Ja Danke Oh Zwei verloren Warum zum Geier sind da keine Plattformen mehr Wissen Oh man 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 So Jetzt fehlen hier schon wieder Plattformen So Da rüber Oh, oh. Geh weg, geh, woanders arbeiten. Boah, gerade noch den Parry geschafft. So, dann rüber. Ja, wir haben... Ja, komm doch runter. Dumme Bienenkönig, los. Nein, 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 oh. Boah, war das knapp. Wo sollen wir denn bitteschön hin? Kannst du nicht alles auf einer Stelle machen. Äh, was? Warum bin ich... Warum bin ich denn jetzt schon wieder getroffen worden? Jetzt machst du wieder deine Bälle. Parry Slap. Toll. Parry. Mann, das ist nicht wahr. Ich konnte nirgends mehr hin. Nein. Als hätte ich es gewusst, dass das Ding hier eine ganze Folge dauern wird. Das war doch... Ich hab den blöden Knopf gedrückt. Na, wir müssen noch näher kommen. Ja, geht doch. Mann, 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 Mann. Oh, nee, ne? Diese dumme Arbeiterbiene. Boah, Gott. So, den parryen wir jetzt nicht. Du, hau ab, Dine. So. Nein. Nicht lustig. Boah. Gar nicht lustig. So. Was hast du dazu lachen? Gucken. Perfekt. Überras. Boah. Oh, nein. Oh, das war knapp. Uah. Uah. Nein. Parry. Du. Oh, Mann. Die nimmt uns die Treffer-Chanze an dort. Oh, oh. Oh, oh. Weg. Und dann das Geräusche sofort. Ach, weg. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. So, schießen. Und bitte nicht von der Faust getroffen werden. Nein. 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 Du blöder Hammel, du. Boah. Und das ist so froh. Oh. Das ist so frustrierend. Also, ich würde mal trennen. Das ist so frustrierend. Nein, 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 nein. Mist, Parry-Step nicht bekommen. Aber wir haben noch 4 Health Points. Nein, 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 nein. Nein! Oh Gott. Nein! In der Mitte wieder. Rüberspringen. Hier hoch. So. Okay. Back. Nein, fall doch nicht runter, Kerl. Back. So, der kommt von hinten. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. So. Oh Gott. Oh Gott. Leute, komm hierher. Nein, hä? Warum denn? Jetzt habe ich nicht mal gesehen, wie weit. Warum ist das denn jetzt wieder geschehen? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. So, der ist in Paris-Levon. Ich bin auch schon am überlegen, ob wir das in dieser Phase hier benutzen. Mist. So. Boah, nein. So. Du dummes Dreieck. Hier zum Beispiel. Achso, oh. Wir sind schon in der Endphase. Gut. Weg. Weg. Boah. Nein, hoch, 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 hoch. Boah, die dreht. Die wird drehen. Nein, nein, falsche Richtung. Oh, Gott. Oh, Mann. Die kommt von hinten. Jetzt aber bitte. Nein. Nein. Ja. Was? Oh, Gott. Warum immer von der Seite, wo man es überhaupt nicht gebrauchen kann? Oh, oh. Oh. Nein. Mann, ist das knapp. Jetzt geht doch endlich kaputt. Boah, endlich. Boah. 50 Minuten, Leute. Du dumme Biene. Oh, Leute, die raubt einen den Letznerv. Junge, 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 Junge. Wir haben die dumme Biene geschafft. Rumors, Honeybottoms. Ja, Seelenvertrag. Oh, Gott, war das anstrengend. Das war so anstrengend und deprimierend. Und, oh, bin ich sauer geworden. Meine Güte, wir sollen das mal weitergehen. Wir sollen das enden. Auf jeden Fall mit dieser Folge hier. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mein Kappel. Ciao. Bis zum nächsten Mal.